Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das gilt auch in Themen wie Erste Hilfe, Evakuierung und ähnlichem. Wir haben mit Andreas Juchli von JDMT Medical Services einen Blick in die Kristallkugel gewagt und darüber gesprochen, mit welchen Veränderungen und Entwicklungen aus seiner Sicht in diesem Jahr zu rechnen ist. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Trends. Eine Situation oder eine Ausgangslage ist, dass die Firmen selber immer weniger Ressourcen haben, um sich organisatorisch darum zu kümmern. Früher waren bei einem grossen Unternehmen mehrere Leute damit betraut gewesen, die Erste Hilfe zu organisieren. Es sind häufig noch jemand. Das sollte quasi definieren, wie sie das umsetzen und sich selber noch kontrollieren. Darum erleben wir auch, dass gerade diese, ich brauche es aus einer Hand, dass das wichtiger wird. Das zweite ist sicher, dass auch für die Leute weniger zur Verfügung stehen. Also der Fachkräftemangel bei der Erste Hilfe auch ankommt und dann die Frage ist, können wir uns beispielsweise Evakuations- und Erste Hilfeorganisationen leisten. Wir haben dort das Modell entwickelt, dass du quasi eine Notfallorganisation machen kannst, die halt die verschiedenen Notfälle bedienen kann. Es geht auch dort weiter in das Modell der Schwarmintelligenz, das wir entwickelt haben, wo du eigentlich sagst, ja, es gibt vielleicht sogar Situationen, wo du keine eigentliche Betriebssanitäter hast, sondern wo einfach jeder ein Helfer ist und durch Unterstützungsleistung von uns, zum Beispiel telefonisch, eben kann dazu angeleitet werden, dann diese Hilfe auch zu leisten. Das sind ein paar von den Trends, die wir gesehen haben, die jetzt zum 24 weitergehen. Wo genau liegen dann die Pains, die Ursachen für solche Veränderungen und Entwicklungen für dieses Jahr? Also man muss sagen, das sind ein bisschen wie die alten Zöpfe. Es gibt zum Teil Sachen, die hast du immer so gemacht gehabt und das ist mehr einfach die Massnahme, aber nicht die Wirkung. Und im Dialog mit den Kunden stellen wir einfach fest, oder können wir uns ja davon überzeugen, es geht viel mehr um die Wirkung und nicht um die Massnahme. Also eine Ausbildung ist nicht ein Selbstzweck, eine Ausbildung soll dafür da sein, um Leute zu etwas zu befähigen. Und wenn du da mal anfängst, dann merkst du einfach, dass sehr, sehr viele Sachen von früher noch einfach sich so nicht mehr rechtfertigen lassen. Typischerweise in Betriebe, in denen wir noch hineinkommen, können wir das Material erheblich entschlacken. Weil vorher hast du einfach einen Verkaufsbetrieb gehabt, der sagt, ich möchte möglichst viel Material verkaufen, weil das ist sein Ziel, aber es ist nicht um die Wirkung gegangen, nämlich was der erste Hilfe effektiv einsetzen kann. Und ich glaube, das ist einfach mal etwas, was einfach mehr und mehr ankommt, und die Professionalisierung der betrieblichen ersten Hilfe im Sinne von professionellen Überlegungen und professionellen Argumenten. Und das andere ist halt, wir versuchen, die Firmen mit weniger Leuten auszukommen, müssen irgendwo. Viele von diesen Spezialisten, zum Beispiel im Bereich Arbeitssicherheit, haben ganz verschiedene Hüte auf. Und die Medizin ist halt einfach etwas Komplexes. Man kann schon darüber reden, was ein Herzinfarkt ist, aber dass du ein Herzinfarkt im betrieblichen Umfeld wirklich angemessen damit umgehen kannst, das braucht halt einfach ein Fachwissen. Und das haben in der Regel unsere Ansprechpersonen halt bei den Kunden nicht. Ist das tatsächlich eine langfristige und nachhaltig bliebende Entwicklung oder ein mittelfristiges Phänomen? Also ich würde behaupten, dass es wirklich auf den Skischanzen, wenn du losfahrst, bist du noch recht langsam unterwegs und dann beschleunigst und wird immer und immer schneller. Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung sich massiv noch beschleunigen wird und nachhaltig anders wird. Natürlich wird es immer noch Firmen geben, die sagen, wir haben unsere Mitarbeitenden, die wir ausbilden und sie sind dann ein Instrument, um dann effektiv auch zum Beispiel den Kopf von Aufprall zu schützen bei einem generalisierten Kampfverfall oder Herzmassage zu machen. Aber den Qualitätsanspruch, den du hast, in allem und dann eben auch in der Erste Hilfe, die Kompetenz ist in aller Regel in den Betrieben nicht drin. Und die Komplexität auch, dass du sagst, wie gehe ich mir die Daten um, wie gehe ich die Alarmierungen machen, wie kann ich als national oder sogar international aktives Unternehmen, ich meine nur schon mal, wenn du ein Unternehmen nimmst mit einer Versicherung in der Schweiz, in allen Landeszahlen präsent, wie würde ich das organisieren, dass ich effizient das machen kann, ich als Einzelmaske. Da bin ich überzeugt, dass sie sagen, wir brauchen einen starken Partner und es gibt eine Liaison im Unternehmen. Wir haben Kunden, die sagen, wir stellen zwar die Mitarbeiter zur Verfügung, damit sie Handlung machen, eben zum Beispiel den Defi zum Einsatz bringen, aber der Entscheid, was gemacht wird, der Entscheid, jetzt hören wir auf, der Entscheid, jetzt dürfen wir es 144 Alarmieren, wenn wir gar nicht mehr selber treffen, wir wollen nicht, das heisst, wir als Arbeitgeber oder unsere Unternehmung hätten einen Fehlentscheid gemacht und das ist dann etwas, das wir dann machen sollen. Also darum glaube ich, in diesem Bereich, das ist einfach zu anspruchsvoll, darum sind ja, ich sage jetzt, etablierte Ausbildungsunternehmen, als Beispiel, sind ja immer Profileute dahinter, die professionell im Rettung oder im ärztlichen Bereich tätig sind, weil es das einfach braucht. Wie viele Kunden machen das denn heute schon so? Ja, bei uns, wie viele machen das schon? Je komplexer so ein Unternehmen, komplex im Sinne von verschiedenen Sprachregionen beispielsweise, umso eher hat die Entwicklung schon stattgefunden, oder sie wissen, sie sollten es längst schon machen. Ich kenne kein Unternehmen, wo mehr als zwei Personen betraut sind mit diesen Themen, meistens sind es eine Einzelperson. Und die allein sagt schon, ich muss mich anders aufstellen. Und wenn die Frage ist, ich hätte gerne einen Stellvertreter, dann müsste es einfach das Dritte sein, dann schittert es meistens, wenn man sagt, du kommst diese Stelle nicht über. Und diese Personen sind dann aber auch noch für viele andere Themen, zum Beispiel Arbeitssicherheit zuständig. Also ich denke, dort, wo du einen professionellen Betrieb hast, wo du gewisse Regulationen auch hast, dort hast du auch Stärkung, dass das schon so angekommen ist. Und wir sagen jetzt schon jeher, wenn man es so macht und mir das propagiert, funktioniert es besser, ist sicher und ist auch effizient und Effizienz ist auch Kosteffizienz. Also das ist, ich denke, bei den Kleineren, dort ist es dann eher noch improvisiert, wenn man überhaupt etwas hat. Aber dort, wo es wirklich funktionieren muss, glaube ich, ist die Erkenntnis angekommen. Das heisst also, aus Betriebssanitäter und EVAC-Leiter werden jetzt sogenannte Emergency Operator, die in einer einzigen Organisation zusammengefasst sind? Genau, also das ist sicher etwas Neues. Langjährige Kunden von uns, grosse Unternehmen, haben bis kurzer Zeit gesagt, nein, wir wollen bewusst, EVAC und Erste Hilfe sind einfach, Erste Hilfe ist die häufigste Einsatzform und EVAC ist auch etwas, das du halt musst dir so als Notverlangen zu organisieren. Die haben bewusst gesagt, das musst du voneinander trennen, nicht damit, sonst verheben sie nirgendwo nicht. Und dann hat man aber fest, uns fehlen die Leute dafür. Und ehrlich gesagt, wenn du eine EVAC hast, brauchst du auch die Erste Hilfe, hast du die auch aktiviert und rein vom Fachlichen her, kannst du das sehr wohl machen. Vom Vorgehen her haben wir zeigen, dass das sehr einheitlich geht. Und ja, ich bin der Meinung, das muss nicht in jedem Betrieb so sein, aber für viele Betriebe ist das eine sehr effiziente Form, effizient auf dem Organisationsaufwand zu sagen, ich habe eine Notfallorganisation. Weil es gibt ja dann irgendeinen anderen Notfall, der noch stattfinden kann. Einfach zu sagen, ich möchte Leute, die strukturiert mit einem gewissen Teamverhalten sich in einem Ereignis entgegenstellen, bis zum Beispiel ein Blaulichtorganisation da ist. Und das ist einfach zweckmessig, wenn du da quasi ein Werkzeug für alle Fälle hast. Verlangt das auch nach neuen Konzepten oder macht man es mit dem Konzept wie gehabt? Es braucht schon neue Konzepte. Ich denke, wenn man es vergleicht mit zum Beispiel dem Ersten Hilfebereich mit Ausbildungsformat, die bekannten, ob jetzt Einverwehr oder nicht Einverwehr, die sind mehr auf Ausbildungsinhalt und weniger auf Wirkung ausgerichtet. Und wir vermitteln jetzt im 24 viel viel stärker, dass man sagt, jetzt ist ein Kreislaufstillstand und wenn ist eine gute Reanimation? Natürlich, wenn der Patient überlebt. Aber wenn zum Beispiel die Zeit bis zum ersten Schock so und so kurz ist, wenn so und so wenige Unterbrüche sind. Und das ist jetzt etwas, was wir machen, um wirklich noch viel viel stärker zu sagen, ich bilde dich zu dem aus, was du jetzt effektiv musst können. Weil all das im Hintergrund oder überlegen, was könnte auch noch sein, das Hintergrund zu wissen, das geben wir dir durch unseren telefonischen Support im Ereignis. Und dann vermitteln, was du in anderen Notfällen entsprechend können musst. Das kann etwas sein mit Gefahrenstoff, das man in diesem Zusammenhang muss, wenn es Gefahrenstoff gibt, dass man sagt, wie gehen wir vor, wenn irgendein Gefahrenstoff austritt, um die Dritte und einem selber nichts zu gefährden. Oder eben zum Beispiel, wie muss man eine Evakuation machen? Und die Ausbildungszeit, ich meine, wenn du einen Tag Ausbildung pro Mitarbeiter und Jahr hast in der Notfallorganisation, dann bist du schon gut bestellt. Ergo, musst du primär auch sagen, nein, ich bringe das in den Tag hinein. Und ich bin überzeugt, man bringt das hinein. Weil wir haben zeigen, dass die Kombination aus unserem telefonischen Support und ihrer taktischen Vorgehensweise, die wir ihnen vermitteln, dort bringen wir diese Wirkung ins Ziel, die wir müssen im Notfallreis ins Ziel bringen. Wie genau wird man dann Emergency Operator? Braucht es für das eine besondere Ausbildung oder reicht es, was man schon kann? Grundsätzlich behaupte ich, dass das Vorgehen in einem medizinischen Notfall, wenn man es auf die erste Hilfe, eben auch bei anderen Notfällen herunterlangt, also zum Überbrücken von der Zeit bis die Blaulichtorganisation vor Ort ist und den Lied übernimmt, da hat es sehr, sehr viele Parallele. Wir haben noch schon als Beispiel zeigen können, wenn jemand auf den Toiletten prägt. Dann haben wir schon während der Pandemie entwickelt und bei vielen Kunden etabliert, dass die betriebliche erste Hilfe auch aktiviert wird, wenn jemand auf den Toiletten prägt. Wo man sonst eigentlich nicht sagt, das ist ein typisches Szenario. Es ist eine Anheiligung irgendwo, es geht um den Menschen, der irgendwo vielleicht ein seelisches Leiden hat. Wir haben zeigen können, dass die Vorgehensweise, wie wir sie vermitteln, auch mit dem, wie viel Distanz ist die richtige Distanz. Also man muss sich auch irgendwo abgrenzen. Die erste Hilfe hat auch immer das Ende. Die darf nicht fünf Stunden lang dauern. Dann brauchst du irgendeine Anschlusslösung, einen Hausarzt oder einen anderen Fachspezialisten. Dass das eigentlich eins zu eins funktioniert. Wir behaupten oder sehen auch, dass es, wenn es um eine Evakuation geht, sehr viele Aspekte sind wieder die gleichen. Wir sagen immer die 3 S. Was ist die Situation? Ist die Sicherheit gewährleistet? Ist jetzt schon klar, dass ich Support brauche? Das kannst du universell in jedem Notfall brauchen. Dann kommt der erste Eindruck, den du beurteilst, eigentlich hast du Blickdiagnose, was stellst fest? Und dann musst du Notfallmassnahmen ableiten. Und ob es jetzt um Brandschutz geht, um Evac oder um jemanden, der regnungslos dort liegt. Das Prozedere kannst du genau gleich machen. Und danach geht es halt um, was sind die Notfallmassnahmen effektiv. Und ja, der Kunde hat die Verbindung zum Beispiel mit dem Brandschutz. Aber wir haben schon seit mehreren Jahren mehrere Kunden, die die Kombination aus der ersten Hilfe und Brandschutz machen. Also das ist nichts Neues in dem Moment. Und darum glaube ich, ist das strukturierte Vorgehen, das Vorgehen auch im Team, unterschiedliche Rollen. Das ist etwas, was du in den verschiedenen Notfällen anwenden kannst. Also von dem her ist es mehr, dass man Betriebssanität oder jetzt neu die Emergency Operators damit vertraut macht, dass sie auch mit anderen Notfällen konfrontiert werden können. Und ein bisschen weg geht von dem, wie man es in der ersten Hilfe vorhin hatte. Du als Ersthelfer wirst du eine Hilfe leisten. That's it! Und warte bis 144 Sekunden, dann ist es abgeschlossen. Sondern, dass du dich als verlängerten Arm verstehst, von jemandem im Hintergrund. Und der im Hintergrund gibt dir all das Wissen, das du vielleicht in dem Moment nicht hast. Und als Wissensdatenbank oder Wikipedia fungiert? Nicht nur Wikipedia, sondern halt auch sagen, was wir machen sollen. Bestätigen, dass das, was sich überlegt, richtig ist. Miteinander erwägen, ob man alles gedacht hat. Oder beispielsweise, was wir immer wieder haben, der Betriebssanitäter, jetzt wenn man konkret in den ersten Hilfen an geht, weiss eigentlich, es braucht den Rettungsdienst. Der Patient will aber nicht. Und dann ist hier ein Konflikt, wo der Betriebssanitäter, ja, wenn er ein bisschen unerfahrener ist, und viele sind ja unerfahren, getraut sich dann vielleicht nicht, sich durchzusetzen. Und das ist dann auch wieder eine Wirkung. Und wir zum Beispiel dann nach dem Telefonisch reden wir typisch mit dem Klienten und erklären ihm dann. Und wenn dann er sich immer noch verweigert, dann ist es nicht, dass der Betriebssanitäter sich nicht durchsetzen konnte, oder der Betriebssanitäter etwas falsch gemacht hat, wie auch immer. Er kann dann immer auf JDMT entsprechend auch sich beziehen, und sagen, JDMT hat entschieden das. Aber nochmal zum Verständnis. Ein Emergency Operator ist entweder Betriebssanitäter oder Evakuationsteam. Ich muss anders sagen, der typische, also eigentlich müsste ich schon sagen, in einem Land wie die Schweiz, wie die Schweiz aufgewachsen ist, vielleicht in anderen Ländern wäre es auch so, sollte eigentlich jeder, jede und jede, können sagen, wenn ihnen etwas passiert, selbstverständlich weiss ich was machen. Bei den Jungs, die meisten sind ins Militär gegangen, ist ja auch, wir haben selbst schon Kameradenhilfe, wir haben dort gelernt, wie gehen wir mit kritischen, mit gefährlichen Situationen um, immerhin auch, dass man einer Waffe ausbildet wird. Also im Prinzip müsste das eigentlich ein Allgemeinwissen sein. Und darum ist es also schade, sind wir in der Schule immer noch so stiefmöglich unterwegs, was sehr Stilfarben langt, wenn man es vergleichen mit Ländern wie z.B. Frankreich, wo die Kleinsten schon lernen, den Defi anzuwenden und Kompressionen zu machen. Also im Prinzip müsste jeder. Jetzt gibt es sicher solche, die sind besser geeignet oder haben eine bessere Voraussetzung, und das sind typisch technische Prüfe. Also wenn du jemanden mit einem technischen Dienst oder Logistik in einem Unternehmen, das sind eigentlich immer sehr geeignete Leute. Und dann nachher die Leute, wo halt viel rum sind, Reception z.B., das ist ein Phänomen auch, erst die Hilferorganisationen, und dann ist niemand vor Ort. Oder eben auch dasselbe, weil sie halt einfach Homeoffice haben, oder nicht immer am gleichen Standort arbeiten. Also von dem her, da kommt dann der Punkt dazu, dass man mit dem Auftrag geben muss, welche Leute schaffst du denn effektiv vor Ort zu haben, damit sie eine Leistung entwickeln können. Aber wir sind klar der Meinung, das, was wir vermitteln und was wir sehen in einem Emergency Operator, bringst du mit jeder Person her. Weil jede Person will und soll in der Lage sein, dass sie in einem Opfer sich schützen können und strukturiert vorzugehen, insbesondere wenn jemand noch da ist, der ihm auch hilft in der Entscheidungsfindung. Gibt es denn auch irgendeine Richtgrösse, wie gross eine solche einheitliche Notfallorganisation soll sein? Also ich finde, das ist genau Ausdruck von so einer veralteten Betrachtungsweise. Da kannst du noch sagen, sie brauchen so viele Sanitätsbüchsen und noch vielleicht irgend so viele Rolltragbaren und was auch immer für spezielle Stühle. Es geht um eine Wirkung. Es geht darum, dass du sagen kannst, wenn da in diesem Raum jemand einen Kreislaufstillstand hat, wie organisiert sich das Unternehmen, dass dieser betroffenen Person regelrecht geholfen wird. Regelrecht heisst, dass möglichst sofort realisiert wird. Klar, kann passieren, dass sie alleine auf dem WC bist, dass wenn es realisiert wird, dass die Person weiss, zu alarmieren, dass sie sofort anfängt zu pumpen und dass sie zum Beispiel dort hinten wird den nächsten Defikor holen und joggen tut. Also das ist eine Organisationsfrage. Und aus dem heraus leitet es sich dann ab. Hast du ein kleines Team oder ein grosses Team? Wir haben zum Beispiel Schweizer Fernsehen, die Notfallorganisation, da rückt immer jemand aus der Sicherheitsloge mit aus. Und der kann gehen und der ist immer besetzt. Dann kannst du sagen, da kommst du mit einem viel kleineren Team aus, weil du einfach eine fixe Position hast, die die Möglichkeit hat, zum ausrücken. Und andere, die dann vielleicht viel loser organisiert sind. Bei einer Swisscom sind Mitarbeiter nicht mehr so stark an einzelne Standorte gebunden. Brauchst du dann allenfalls eine andere angezahlte Person. Aber das ist einem Unternehmen überlassen und soll hoffentlich auch einem Unternehmen überlassen sein. Wir hatten heute eine Diskussion mit einem Kunden, der gesagt hat, es ist viel zu wenig gut beschrieben, wie man es machen muss. Wir sagen, nein, zum Glück ist nicht mehr definiert. Du sollst als Betrieb nach deinem Gusto das so umsetzen können, solange klar ist, welche Wirkung, dass nämlich im Ereignis geholfen wird. Also darum bin ich nie ein Fan zu sagen, wie viele Leute oder wie viele Sanitätsbüchsen braucht es, sondern wir müssen über die Wirkung, über Interventionszeiten, über das müssen wir reden. Am Jahresanfang darf gewünscht werden. Was wünscht sich Andi Juchli für 2024? Ich finde wichtig, dass immer noch und noch klarer den Leuten bewusst ist, die Notfallorganisation und die Organisation für den medizinischen Notfall, das ist nicht einfach irgendetwas, was man halt macht, weil das weiss er nicht. Natürlich sind diese Ereignisse selten, aber wenn sie passieren, entscheidet das, wie wir organisiert sind, über sein oder nicht sein. Und doch bisweilen in den Gesprächen erlebe ich zu wenig, wünsche ich mir mehr, dass meine Ansprechpartner sagen, ich will einfach nicht, dass wenn etwas passiert, dass es dann entsprechend einfach schlecht funktioniert und darum vielleicht die Person stirbt. Das ist mir besonders wichtig. Notfälle können stattfinden, durch eine gute Organisation können wir das Risiko was schlecht herauskommt, günstig beeinflussen und wir sollen uns alle auf die Fahnen schreiben, auch im 24, dass wir halt einfach miteinander viel stärker werden. Du hast ja initial gefragt, wer ist ein geeigneter Emergency Operator? Das sind wir alle, weil wir alle sollten mit Notfällen umgehen können, egal ob es am Arbeitsplatz oder irgendwo im Befahrten ist. Mehr zum Thema lesen Sie wie immer auf safety-security.ch